Die Räuber-Hotzen-Plotz-App. Wer kennt ihn nicht? Den Räuber-Hotzen-Plotz. Den Bösewicht. In acht Spielen bist du ihm auf der Spur und hilfst Kaspal und Seppel, die Kaffeemühle wiederzubekommen, die der Räuber gestohlen hat. Sind Sie etwa der Räuber-Hotzen-Plotz? Der bin ich. So fängt die Geschichte an. Mal sehen, wie das endet. Ihr erlebt die Räuber-Geschichte abwechselnd als Szenen aus dem Buch, die euch vom Schauspieler Armin Rode erzählt werden. Und als spannende Minispiele. Oha! Na, das war knapp! Im Menü wählst du schnell zwischen aufregenden Vorleseszenen und Spielen, die durch kurze Schritt-für-Schritt-Anleitungen anschaulich erklärt werden. Möchtest du dich auf die Jagd nach der Kaffeemühle machen? Du kannst dir die App im iTunes App Store herunterladen. Viel Spaß mit dem Räuber-Hotzen-Plotz!